Ich lerne Deutsch. Nummer 13411 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auch ich. Wie viele Patienten können in diesem Krankenhaus stationär behandelt werden? Wie viele Patienten können in diesem Krankenhaus stationär behandelt werden? Es handelt sich lediglich um eine Formalität. Es handelt sich lediglich um eine Formalität. Betont, dass es nur eine einfache Formalität ist und nichts Wichtiges oder Kompliziertes. In der Bibliothek kannst du nicht nur Bücher, sondern auch Comics und Zeitschriften lesen und ausleihen. Freizeit ist ein wichtiger Faktor für eine gesunde und demokratische Gesellschaft. Freizeit ist ein wichtiger Faktor für eine gesunde und demokratische Gesellschaft. Ich benutze den roten Teekessel, um die Blumen zu gießen. Ich benutze den roten Teekessel, um die Blumen zu gießen. Ich benutze den roten Teekessel, um die Blumen zu gießen. Mit dieser neuen Technik können wir das auch. Ich habe mich beraten lassen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich benutze den roten Teekessel, um die Blumen zu gießen. Ich benutze den roten Teekessel, um die Blumen zu gießen.